Publiso, das ZB Med Open Access Publikationsportal. Es ist der Festabend der Leibniz-Jahrestagung. Die Expertenvorträge zu Open Science sind eben zu Ende gegangen. Gerhard, Ernährungswissenschaftler, Robert, Zahnmediziner in der Forschung und Caro, Bibliothekarin an einem Forschungsinstitut, sind froh, noch einen Stehtisch gefunden zu haben. Die drei kennen einander nicht, aber über die eben gehörten Vorträge kommen sie schnell ins Gespräch. Einer der Vorträge betraf das Publizieren im Open Access. Sowohl Robert als auch Gerhard haben damit bisher keine Erfahrungen. Die beiden sind sich unsicher. Welche Bedeutung haben Open Access, Open Data und Open Science für ihre eigene Forschungsarbeit? Als Open Access-Beauftragte an ihrem Forschungsinstitut weiß Caro, das ZB Med Leibniz Informationszentrum Lebenswissenschaften, das Open Access-Publikationsportal Publizzo aufbaut. Dort gibt es aktuelle Informationen rund um Open Access und Open Data. Vor allem aber bietet Publizzo den Forschenden zahlreiche Beratungs- und Publikationsangebote in diesem Bereich. Caro hat gehört, dass Publizzo auch Fortbildungsangebote für Bibliothekarinnen und Bibliothekare rund um Open Access anbietet. Die drei beschließen, sich dort genauer zu informieren.